ums heilen was heißt nur ich hoffe man kriegt in der Mission vielleicht irgendwann noch mal die Möglichkeit sich noch mal hier in Ruhe zu gruppieren das ist so nervig ich verspüre Kampfeslust ich tue was ich tun muss dass man hier im Rufstein trete ich für gar nichts verkannt ich verspüre Kampfeslust der Tod freut sich auf Eure Seele ich mag das eigentlich gar nicht wenn es überschwertig ist ich bleibe ich dann doch nur bei Age of Mythology oder Age of Glass ich tue aber eigentlich mein Meister in Ruhe in Ruhe meine Basis aufbauen in Warcraft ist ja eigentlich auch so relativ schnitt auf Eure Seele für die Ehre mein Schwert ist bereit ich muss sagen selbst Starcraft ist nicht so wo ist der Feind stellen weil wir sind so leidig die kommen macht er noch mal ein WUSCH mein Schwert ist bereit soo mein Schwert fällt keine Gnade ich freu mich hier mit jedem Org der hier fällt für die Ehre der Tod freut sich auf Eure Seele ha dies ist Unverteint für die Ehre das ist genug Tuung für die ganze nervige Scheisse für die Ehre ich erwarte Eure Befehle für die Ehre mein Schwert kennt keine Gnade erstmal müssen jetzt irgendwie die Fernkämpfer hier wegkommen sonst ist das der Tod freut sich auf Eure Seele weit Der Tod freut sich auf eure Seele. Ah, das ist doch nicht. Das ist doch hier ja. Wir haben doch Priester. Ja, bleibt ihr mal da. Wofür steckt sich das Böse? Und es ist kein Wunder, dass er vorhin umgekippt ist. Wenn der ja durch die Gegend rennt. Der Tod freut sich auf eure Seele. Meine Sache ist gereicht. Ich werde den Weg finden. Da wundert mich gar nichts mehr, warum der von unbefreundet ist. Mich hat es nämlich schon gewundert. Ich hätte ja gar nicht sein können, dass der so schnell umfällt. Aber hinter der hier, wie ich gehe jetzt gerade schon wieder, was er schon wieder machen wollte. Durch die Gegend rennt. Und sich am besten noch wie jetzt aufs Maul hauen lässt. Wofür steckt sich das Böse? Wie lautet der Auftrag? Die Ehre ist auf unsere Seite. Der Tod freut sich auf eure Seele. Für die Ehre. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Der Tod freut sich auf eure Seele. Ich werde den Weg finden. Mein Schwert ist bereit. Mein Schwert kennt keine Gnade. Mein Schwert kennt keine Gnade. Mein Schwert kennt keine Gnade. Der Tod freut sich auf eure Seele. Der Tod freut sich auf eure Seele. Für die Ehre. Wofür steckt sich das Böse? Der Tod freut sich auf eure Seele. Für die Ehre ist auf unsere Seite. Würde ich sagen, haben wir nämlich das Ding hier schon mal gemacht. Wir haben jetzt auch vielleicht erstmal ein bisschen Ruhe. Was ich hoffe. Was ich aber nicht glaube. Im Namen der Ehre ist auf unsere Seite. Schnell Dunkelmähne. Wofür? Mein Schwert ist bereit. Fragt und es wird getan. Ich werde den keinen finden. Wahnsinn. So. Und da geht erstmal keiner hin. Wer? Davon macht sich einer hin jetzt von euch. Und das Ding lassen wir stehen. Jetzt holen wir das Gleiche. Und damit. Können wir nämlich ganz easy. Hier schön alles platzschießen. Wenn die Temperatur langsam ist. Wird sie uns doch gut dienen. Wenn wir die Mauern Margots mit Gewalt einnehmen müssen. Und. Ich speichere jetzt ab. Weil ich das auf keine. Weil wenn ich jetzt nochmal feile. Und ich habe nicht gespeichert. Dann schmeiße ich das Spiel aus dem Fenster. Und das Display breche ich ab. Weil ich nämlich keine Lust noch mache. Ich bin zu schick der Sauber. Dieses scheiß Dreckspiel. Ich trage das Licht. Weil mich das jetzt so annervt. Wie ihr wünscht. So. Ich kann aber die Einheiten eigentlich. Mit dem Wegpunkt hier hinschicken. Dann rennen die nämlich wenigstens gleich dahin. Jawohl. Geht voran. Gibt es hier eigentlich irgendeinen Hotkey? Oder oder? Naja. Ja. Ja. Oh. Bitte lass uns jetzt mal ein bisschen Ruhe. Das wäre nämlich echt nochmal ganz. Cool. Wenn wir jetzt mal ein bisschen Ruhe hätten. Ich denke mal. Wenn ich nur Einheiten nachproduzieren könnte. Die vielleicht auch. Die vielleicht auch. Nachrücken lassen kann. Aber hier bauen wir nochmal. Was muss getan werden? Komm mal mit hier. Du baust nochmal ein Türmchen hin. Wie lautet der Auftrag? Wenn ihr euch vielleicht da mal. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Okay. Das war jetzt unendlich. Das war jetzt nicht so entschuldig. Ich lebe um zu dienen. Ich bin hier Herr. Ah. So viel dazu. Tragt und es wird getan. Ich tue was ich tun muss. Mein Schwert ist bereit. Mein Schwert kennt keine Gnade. Die alte Magie führt mich. Mein Schwert ist bereit. Ich verspüre Kampfes Lust. Naja. Genau. Lass dich wegziehen. Ich erwarte eure Befehle. Fragt und es wird getan. Die Ehre ist auf unserer Seite. Komm wir mal da rein. Mein Schwert kennt keine Gnade. Für die Ehre. Ich werde sie zur Strecke bringen. Ha. Fragt und es wird getan. Wofür steckt sich das Böse? Ich verspüre Kampfes Lust. Für die Ehre. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das meine ich nämlich. Es ist nämlich mitten auf dem Wegpunkt. Da bestimmt einer vor die Füße gelaufen. Sag ich doch. Oh. 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 Meine Sache ist gerecht. Mein Schwert ist bereit. Niemand widersetzt sich mir. Der Tod freut sich auf eure Seele. Wir werden angegriffen. Schießt das irgendwie schön die ganze Zeit immer schon aufs Dorfzentrum. Mein Schwert kennt keine Gnade. Du musst den nicht unbedingt alleine drücken. Ich verspüre Kampfes Lust. Ich bin hier. Tut. Nicht. Not. Das nervt mich jetzt was die. So ein Dicken. Mein Schwert ist bereit. Ich verspüre Kampfes Lust. In den Kampf. Ja. Ich werde den Feind finden. Während die da beschäftigt sind. Vorwärts Dunkelmähne. Ich nehme es mit jedem auf. Vorwärts Dunkelmähne. Schnell Dunkelmähne. Die werden angegriffen. Die werden angegriffen. Die werden angegriffen. Die haben wir gespeichert. Mein Schwert ist bereit. Ich werde den Feind finden. Oh jetzt habe ich das. Ich habe das echt geschafft was ich vor hatte. Ich werde den Feind finden. Das wird nichts. Deswegen werde ich jetzt nochmal laden. Da weiß ich eigentlich was ich jetzt machen kann. Ich muss halt nur ein bisschen schneller agieren. So wie es aussieht. Die Mission nervt mich total. Wofür versteckt sich das Böse? Fragt und es wird getan. Ich werde sie zur Strecke bringen. Meine Sache ist gerecht. Ich werde sie zur Strecke bringen. Ich werde sie zur Strecke bringen. Nein, das bringt natürlich nichts. Mein Schwert ist bereit. Hier Mager machen wir was. Tue mal was für dein Geld. Rasches Handeln ist richtig. Aber dass es dich am Leben halten muss. Kein Feind kommt durch. Heute kommt ihr nicht weiter. Kein Feind kommt durch. Meine Sache ist gerecht. Ich verspüre Kampfeslust. Mein Schwert kennt keine Gnade. Ich trage das Licht, wie ihr wünscht. Ich verspüre Kampfeslust. Für die Ehre. Mein Schwert kennt keine Gnade. Man kann aber auch... Das nervt mich total, dass man nicht... Ich werde sie zur Strecke bringen. Ich tue, was ich tun muss. Ich verspüre Kampfeslust. Wir müssen Stellung halten. Spare ich mir einiges an Nerven. Fragt und es wird getan. Die Ehre ist auf unserer Seite. Ah, das ist kaputt. Kann ich da jetzt ein... Was muss getan werden? Ich weiß gar nicht. Kann ich da jetzt ein Bauer hinschicken? Das zu reparieren? Das wäre natürlich genial. Puh. Jetzt habe ich schon mal Produktionsstätten von dem kaputt gemacht. Puh. Puh.